Kompensilverdruck wieder auf ein Quälder. Hey da. Ja, wie du fragst dich jetzt? Hä? Hä? Wo warst du? Du warst doch hier gar nicht aktiv. Ja. Und genau so wie mein Quälder. Also, nur mal kurz zur Info. Es beginnt wieder. Wie gesagt, es soll wieder beginnen. Weil ich mir vorhin gedacht habe, nicht aktiv zu werden, aber dass jeden Tag ein Video kommt, was aber auch wirklich gut bearbeitet ist. So, das Ding ist halt erstmal, ich werde mich erstmal richtig gut vorbereiten. Das erste wird ganz einfach wieder sein. Das zweite wird aber mit richtig gut endet. Ich werde mir jetzt Zau zu. Ich muss mir die Zau zu. Überlegungen für welche Zau. Kids-Spiele. Die ist das. Anders. Für die Zau brauche ich. Ich brauche Zau. Diese Blur-Effekte. Die ist das. Leute, einige werde ich auch wieder löschen, weil die ganzen Menschen total passen. Kriege ich ja hin. Zweitens, ich werde diese Videos alles so unerdeckt machen. Drittens, ich würde die Videos unterhaltend machen. Wie auch immer. Und ja, tschüss. Eure Helden.